Ich habe unheimlich viel Blödsinn gemacht, aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, da war es richtig. Da war es richtig. Die Straße hieß Sophienstraße und diese Ecke, die Kneipe hieß Sophienburg. Da trafen sich in den 20er Jahren die Zuhälter. Und was die Frauen brachten, das mussten sie bei ihrem Zuhälter abliefern. Und der hat das in diese Boxen gesteckt. Wer überwacht uns immer noch? Ja, ja, ja. Aber hinter Glas habe ich ihn erst gesetzt später. Als er angefangen hat, den zu demolieren, habe ich ihn dann hinter Glas gesetzt. Schussfest. Ich bin einmal mitgefahren, privat bin in den Fenster rausgesprungen, das ist ein Brittenstock. Aus Versehen. Ich habe das für Patera. St. Pauli, auch wieder klatschen. 3-0. Was? 3-0? Ja. Wie peinlich ist das denn? Ich bin ein Bezug auf die Sch telesmp Peders nach. Ich bin ein Kitas und die praxis不会 mitワ remedy. Geschenko das ist das mitUNK. Das war dann, da kam die Kitas. Kartoffeln. cuz gerade er mit 2 K38. Und das ist der travels Mexican-udzame. Diese Idee olla, das sind die ganze Westen, die土 DJ-Konferenten, dass finns gesetzt. pinzieht spot in die Dominican-Haste Ko chcia are einfach so. Gähne, wenn ich diese Mächte Erfahrungen courte. seiner Cart efectiful war für einen là. upon.